Ich hatte vor, das ist jetzt schon tatsächlich ein paar Wochen her, eine Sitzung mit einem Klienten, den ich jetzt schon seit längerer Zeit ganz gut kenne und vor einem Jahr und man hat schon gemerkt, er ist in die Praxis gekommen und war angespannt, war nicht so gut drauf, könnte man vielleicht sagen, das ist jetzt auch nichts Neues für mich in so einer Praxis und weiß ja auch mit solchen Situationen umzugehen und dann hatte es sich aber tatsächlich ergeben, dass das in der Sitzung so ein bisschen eskaliert ist. Also er war total abweisend, an vielen Punkten sehr stichelnd, so frontal angriffsmäßig unterwegs, hat teilweise ziemlich heftig ausgeteilt in dieser Sitzung und wenn jemand wirklich so angefixt unterwegs ist in so einer Sitzung, da kannst du auch nicht viel machen. Also ich komme jetzt aus 15 Jahren Notfallrettung heraus, bin im Deeskalieren geübt und habe ihn quasi rausgeschickt, erstmal eine Rauchen und habe ihm angeboten, die Sitzung dann vielleicht ein bisschen früher drauf, einen Deckel zu machen und wir gucken einfach mal im Verlauf der Woche, wie es sich so verhält, dass da so ein bisschen Energie rauskommt. Und ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, ich sage, wo er meinte so, wie sehen Sie das denn der Rick und ich sage, wissen Sie, ich erlebe sie gerade relativ angespannt und er sitzt dann quasi vor mir und sagt, ich bin nicht angespannt. Jeder kennt die Situation, also ein Stück weit. Und eine Woche drauf haben wir uns dann da nochmal so ein bisschen drüber unterhalten in der Meta-Ebene, wir hatten auch zwischendurch geschrieben, ist alles gut und ich komme mit den Leuten auch immer gut zurecht, das ist wunderbar. Nur hat die ihm dann auch vor Augen geführt, dass er, ich kenne ihn ja wie gesagt schon ein bisschen, häufig in dieser Aussage unterwegs ist, er sitzt vor mir und versucht mir glaubhaft dann auch rüberzubringen, es geht ihm richtig gut. Und ich glaube ihm grundsätzlich auch, dass das stimmt, dass es ihm, wenn er reinkommt und sagt, es geht ihm gut, dann geht es ihm tendenziell auch gut. Und nur diese, man kann sich das vielleicht so vorstellen, diese Distanz zwischen es geht ihm gut und es geht ihm wirklich, sorry, gar nicht gut, die ist relativ eng. Er hat eine relativ enge Bandbreite. Ich sage mal, die rote Linie wäre so eine Konfrontationsgrenze und das, was wir bei ihm beobachten konnten, war, dass er quasi vielleicht so unterwegs ist. Also er ist relativ nah an der Eskalation dran, wenn es ihm aber tatsächlich noch gut geht und er ist aber trotzdem auch schon relativ schnell dann im roten Bereich. Und es ist tatsächlich so, dass das natürlich ein recht häufiges Phänomen ist, was wir bei Leuten so beobachten können, wo wir uns eben hauptsächlich die Frage stellen dürfen, nicht in erster Linie, wie kommt man von da weg, sondern wir haben ja wahrscheinlich irgendwelche Prozesse am Start, die erstmal dafür gesorgt haben, dass jemand recht nah an dieser Eskalationsgrenze einfach ist. Und bei diesem Klienten jetzt als ein Beispiel haben wir verschiedene Stressoren da drin. Zu diesen Stressoren gehört zum Beispiel die eigene erlebte Homosexualität, vergangene Beziehungsmuster haben eine Rolle gespielt, die aktuelle Lockdown-Situation mit Corona, die Universitätssituation vom Studieren her oder auch das Familiäre. Er kommt aus Norddeutschland und hat eine relativ trickige herkunftsfamiliäre Geschichte hinter sich. Und es ist auch so, die Woche drauf war ja immer noch nicht gut drauf, so richtig. Also er war schon stabiler, aber der war quasi, ich würde mal so vom Gefühl her sagen, hier. Und da gehst du jetzt als Therapeut auch nicht hin und sagst, so wir nehmen uns jetzt den Pfeil raus, der zuerst kommt, das ist sowieso unlogisch, wir nehmen uns aber auch nicht den Pfeil raus, der irgendwie mit der größten Problematik irgendwie verknüpft ist, sondern wir gehen einfach erst mal so ein Stück weit in dieses Bild rein und überlegen, wo haben wir denn vielleicht die größte Zugänglichkeit? Bei diesem Familienkonflikt mit seiner Herkunftsfamilie, das Thema Homosexualität und vergangene Partnerschaften, aber so bei diesem Punkt, wie ist das denn aktuell mit der nächsten Prüfung? Vielleicht können wir so ein bisschen mehr Funktionalität in das Lernen reinbringen. Wieder so diese Greifbarkeit, vielleicht auch mal Studentenbude einfach so ein bisschen aufräumen und so weiter und so fort, um einfach, und das wäre jetzt die Idee dahinter, wenn wir vielleicht auch nur einen kleinen Pfeil aus diesem Gesamtmodell herausbringen können, haben wir aber trotzdem ja schon ein Absinken dieser allgemeinen Kurve. Ich wuschel da mal so ein bisschen rein. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir dürfen für uns eben auch reflektieren und das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass auch wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht, ich vielleicht manchmal das Problem habe, dass ich einfach immer noch Zufälle, zu viele Stressoren mit da drin habe, die mich immer wieder an so eine Eskalationsgrenze bringen. Gerne genannt auch so von der Metapher her, mein Geduldsfaden wird zunehmend kürzer und ich eben auch in die Thematik reingehen darf. Ich habe vielleicht ungelöste Probleme, die ich hinter mir herziehe und die in meinem Leben einfach entsprechend dann auch so einen Reibungswiderstand erzeugen. Schaut euch dazu mal das Schwindelvideo an, dass eben auch körperliche Symptome mit aufgrund dieser problemorientierten Basis entstehen können. Und ich muss nicht unbedingt, um dort wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringen zu können, mir das Größte rauspicken oder das, was als erstes aufgetaucht ist. Es ist schon hilfreich, wenn ich mir mal das rauspicke, wo ich zumindest drankomme und ein gewisses Maß an Effektivität habe. Bis zum nächsten Mal.